Unsere heutige Schnüffelschnute kennt mindestens jeder, der ein Fan der englischen Royal Family bzw. von Queen Elizabeth II. ist, den Welsh Corgi. Tatsächlich hat der kleine Hund durch die englische Königin weit über Großbritannien hinaus an Bekanntheit und Beliebtheit gewonnen. Denn Elizabeth ist nicht nur seit ihrem siebten Lebensjahr ein Fan dieser walisischen Fellnasen, sondern auch eine Züchterin der Corgis. Trotz dieses royalen Fans ist ein Welsh Corgi kein Schoßhund. Ursprünglich war er ein Wachhund und diese Fähigkeit hat er natürlich nicht verloren. Was es mit dem kleinen Racker auf sich hat und was du bei Pflege und bezüglich möglicher Krankheiten beachten musst, erfährst du im folgenden Video. Herkunft und Aussehen Der Name verrät es bereits. Der Welsh Corgi stammt ursprünglich aus Wales. Eine Legende besagt, dass dieser Hund das Reittier von Feen war, die einige Welpen als Geschenk an die Menschen zurückließen. Tatsächlich stammt er aber vermutlich von alten Hunden der Wikinger, die gerne ihr Unwesen auf den britischen Inseln trieben oder aber von Hunden flämischer Einwanderer ab. Trotz ihrer kurzen Beinchen sind diese Hunde übrigens ziemlich flink unterwegs. Aufgrund seiner Schnelligkeit wurde der Welsh Corgi, der bei einer Widerrisshöhe von gerade einmal 25 bis 30 Zentimetern ein beachtliches Kampfgewicht von bis zu 14 Kilogramm auf die Waage bringen kann, in Wales dann folgerichtig als Viehtreiber, Wach- und Hütehund eingesetzt. Seit 1925 ist der Welsh Corgi vom britischen Kennel Club als Rasse anerkannt. Seit 1934 gibt es zudem die Unterscheidung zwischen dem Welsh Corgi Pembroke und dem Welsh Corgi Cardigan. Beide Unterrassen werden durch einen stämmigen und untersetzten Körperbau charakterisiert, der von verhältnismäßig kurzen Beinen getragen wird. Unterscheidend tun sich die beiden Corgi-Arten in erster Linie durch ihre Größe. Der Cardigan ist ein wenig größer als der Pembroke und ihre Fellfärbung. Während das kurze bis mittellange sowie gerade hartes Pembroke vor allem in rötlichen Farbtönen und schwarz mit Brand auftritt, ist der Cardigan in erster Linie schwarz. Gemeinsam haben beide, dass die Rassestandards das Auftreten von großflächigen weißen Flecken nicht vorsehen oder wünschen. Wesen und Charakter Der Welsh Corgi ist ein äußerst freundlicher, humorvoller, intelligenter und selbstbewusster Hund. Gerade letzteres muss er auch sein, bedenkt man, dass er ursprünglich dafür ausgebildet war, Rinderherden in Schach zu halten. Bei der geringen Größe nun wahrlich eine beachtliche Leistung. Wer von Natur aus gerne unterwegs und agil ist, möchte natürlich auch als normaler Haushund auf seine Aktivitäten nicht verzichten. Corgis sind sehr lebhaft und brauchen genügend täglichen Auslauf und körperliche und geistige Beschäftigung. Wie bei vielen kleinen Hunderassen ist auch der Welsh Corgi sehr temperamentvoll, rassetypischer Dickkopf inklusive. Das spielt vor allem in der Erziehung eine große Rolle, da er natürlich versuchen wird, seine Ansichten durchzusetzen. Wer hier nicht konsequent ist und bleibt, kann später mit diesem Temperament seine Liebe, Mühe und Not bekommen. Darüber hinaus ist der Welsh Corgi sehr anhänglich und menschenbezogen und möchte am liebsten immer in der Nähe seiner Lieblingsmenschen sein. Sie bauen eine starke Beziehung zu ihrer Familie auf und auch mit Kindern gehen sie sehr geduldig um. Das gilt übrigens für beide Welsh Corgi-Arten. Sie sind also nicht nur tolle Hütehunde, sondern auch super Familienhunde, sofern ein anhänglicher und treuer Vierbeiner erwünscht ist. Übrigens, trotz allen Selbstbewusstseins können Corgi-Welpen zur Schüchternheit neigen. Es ist also wichtig, dass bereits in jungen Hundejahren eine gute Sozialisierung erfolgt, damit der kleine Racker später nicht Angst vor seinem eigenen Schatten und seiner Umwelt hat. Aktivitäten Der Welsh Corgi ist nicht nur flink und schnell, sondern auch extrem ausdauernd. Selbst die kurzen Beinchen halten ihn nicht davon ab, sich täglich auszutoben und es sogar mit deutlich größeren und langbeinigeren Artgenossen aufzunehmen. Corgis lieben es, wenn ihre Menschen ebenfalls sportlich sind. Aber trotz ihrer guten Ausdauer solltest du mit ihm eher wandern oder gemächlich joggen, als mit ihm Hochleistungssport zu treiben, sprich schnell und lange zu joggen oder gar Fahrrad zu fahren. Denn hier zollen sie dann doch irgendwann ihrer kleinen Staturtribut und du läufst Gefahr, deinen Liebling zu überlasten. Auch lassen sich die kleinen Fellnasen für Agility-Sport ohne Sprünge und Obedience-Training begeistern. Denn bei diesen Aktivitäten werden zusätzlich die kleinen grauen Hundezellen gefordert und gefördert. Pflege und Gesundheit Dank des weichen und kurzen Fells benötigt der Welsh Corgi in der Regel keine übertriebene Fellpflege. Es reicht vollkommen aus, wenn du sein Fell einmal in der Woche bürstest. Während des Fellwechsels kann es nötig sein, ein wenig öfter zur Bürste zu greifen. Das hat dann den positiven Nebeneffekt, dass die Welshys diese zusätzlichen Streicheleinheiten lieben und die Bindung zwischen ihnen und ihrem Menschen damit gestärkt wird. Welsh Corgis gelten als ziemlich robuste Hunde, die so schnell nichts umhaut. Ausnahme sind Sprünge, die mit kurzen Beinen eher kontraproduktiv sind und zu Frakturen und langfristig zu Problemen mit den Bandscheiben führen können. Daneben gibt es einige rassetypische Krankheiten, die bei einem Welsh Corgi auftreten können. Ganz weit vorne und begründet im sehr gesunden Appetit des Hundes Übergewicht. Ebenfalls auftreten können eine Hüftdysplasie, bei der es sich um eine genetisch bedingte Fehlbildung der Hüftgelenke handelt. Zudem kann ein Corgi unter Augenkrankheiten leiden, darunter unter anderem dem grauen Starr. Davon abgesehen erfreuen sich die Welsh Corgis aber in der Regel über eine gute Gesundheit, die dazu beiträgt, dass du bis zu 14 Jahre lang Freude an diesen kleinen Vierbeiner haben kannst. Interessierst du dich auch für andere kleine Hunderassen? Dann klick jetzt auf das linke Bild, hinter dem sich unser Video zu unseren Top 5 der kleinen Hunderassen verbirgt. Oder klick auf das rechte Bild, wenn du wissen willst, welche 9 Dinge es sind, die fast alle Hunde einfach unglaublich hassen.